Joa und was geht am Kanal Bild? Willkommen zu der Bestrafung und heute ist kein Ger מע�ngicar Dank der bierpunkt-Challenge, die wir letzte mal gedreht haben, wisst ihr ja genau dass ich Markus aufs Übelste fertig gemacht hab Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er aufgeteilt hat. Yes! Halt dein Maul! Yes! 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 Und der dank dieser Challenge auch seinen Bart verlieren wird. Meine Arbe bleiben. Ja. Mein treuer Freund kommt ab, Alter. Und... Scheiße, Alter. Okay, das ist schon ein bisschen lang geworden. Oh ja. Nein. Ah. Also, fangen wir an. Oh Mann! Oh Mann! Geil! Ja! Alter! Was für ein Pflaumen! Alter! Schaut's halt an, Mann! Oh mein Gott! Macht es Spaß, Mann! Ach du Scheiße! Guck mal her, Mäuschen! Ach du Kacke! Oh, geil! Ach du Fuck! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Ich sehe aus wie ein Opfer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Ding kommt voll an seine Grenze, Mann! Shit! Pack der Staubsauger niemals! Alter Scheiße! Alter Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ich sehe aus wie ein Rocker! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Das macht wirklich richtig 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 Spaß! Ja! Weiter geht's! Sehr gut. Du dumm, 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 dumm. Badell ist dein Bagel sauer oder wieso greift ihr mich an? Ja, das er immer mehr ab. Ach du Scheiße, man. Ja. Moustache. Ja. Ey, oh mein Gott, Alter, hab ich das? Ja, Magnum. Ne, Magnum. Doch, Magnum. Style. Style, ne? Style. Machen wir weiter mit was Gewagten? Auf, halt. Ach du Kack! Oh mein Gott! Boah, ey! Er ist sehr wach. Er ist geboren. Oh Mann. So sind wir ja nicht. Aber hey, da war ein Mensch drunter. Alter, scheiße, ist gut. Da ist ein Mensch. Oh Gott. Boah, fühlt sich das komisch an. Ich würde sagen. Alter Schwede. Er ist ja aus wie ein Baby, Mann. 20 Jahre jünger. Auf jeden Fall. Ey, schaut's euch mal an, wie viel das ist. Ach, oh Scheiße. Das ist mein Guckfahrer. Da. Mein ganzer Bart. Geh zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Will ich den Kleber holen? Ja, am besten, Mann. So, schreibt mal in die Kommentare, sieht's ohne Bart oder mit Bart besser aus? Ohne. Ohne? Ohne? Ich weiß nicht. Ja, Geschmackssache. Geschmackssache. Oh Gott. Das nächste Mal bin ich drin. Nein. Genau. Scheiße. So Leute, lasst mir einen dicken Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen. Und ab 20 Daumen nach oben machen wir die nächste Challenge. Bis dann. Tschüss. Ciao.